Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man so einen Füller eigentlich mit einem Tintenfass richtig nachfüllen kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst brauchen wir mal unseren Füller hier, das Tintenfass und dann am besten auch noch ein Taschentuch. Wenn wir alles haben, dann nehmen wir mal die Kappe von unserem Füller hier vorne ab und dann können wir nämlich auch schon hier hinten einmal das Gehäuse abschrauben, so dass bei uns von dem Füller der Konverter hier hinten sichtbar wird. Nun muss ich den Drehmechanismus hier hinten einmal so drehen, dass mein Kolben hier nach vorne geht. Bei mir ist das jetzt gegen den Uhrzeigersinn, ab und zu aber auch einfach im Uhrzeigersinn drehen. Hier mal ausprobieren, bei mir geht das jetzt nicht weiter, weswegen wir weitermachen können. Ich habe mein Tintenfass hier schon mal geöffnet und jetzt muss ich mit der Feder hier wirklich relativ weit einmal in die Tinte hineintauchen. Und wenn ich drinnen bin, dann an dem Drehmechanismus hier bei mir jetzt im Uhrzeigersinn drehen, dass der Kolben nach hinten schiebt und dadurch die Tinte automatisch aufgesaugt wird. Ich gebe meine Spitze also relativ weit in die Tinte rein, das sollte jetzt auch schon reichen. Und jetzt bei mir hier im Uhrzeigersinn einmal drehen, dass der Kolben nach oben geht. Und wie man hier schon recht gut sehen kann, die Tinte wird auch automatisch mit nach oben gezogen. Natürlich muss man mit der Feder ab und zu auch noch weiter nach unten gehen, da der Tintenstand natürlich auch weniger wird. Und wenn wir oben angekommen sind, dann reicht es auch schon. Damit die Tinte jetzt ganz vorne bei der Feder hier nochmal ankommt, sollte ich hier hinten etwas drehen, dass vorne etwa zwei bis drei Tropfen einmal noch in das Tintenfass hineingehen. Das mache ich jetzt mal. Das war Nummer eins und Nummer zwei. Somit reicht das auch schon. Jetzt können wir die restliche Tinte hier am besten noch mit einem Taschentuch einmal leicht abtropfen. Wichtig hierbei ist nur, dass du kein Küchentuch verwenden solltest, da hier einfach feine Fasern vorhanden sind, die die Feder hier vorne kratzig machen könnten. Und schon können wir ihn wieder zusammenbauen. Hierfür zuerst wieder das Gehäuse hier hinten aufbringen, dann im Uhrzeigersinn aufschrauben, Deckel vorne drauf und somit haben wir jetzt auch schon unseren Füller wieder richtig nachgefüllt. Wenn du dir für zu Hause jetzt so ein Tintenfass zum Nachfüllen einen hochwertigen Füller oder auch so einen Tintenlöscher hier zulegen möchtest, dann kann ich dir hierfür Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität vom Markenerstellen zum relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in ein Geschäft fahren. Wenn du also dir eins von diesen Tintenlöschern hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.